Eine Beziehung zu führen ist eine echte Aufgabe. Aber Liebe hilft dabei. Ein bisschen. Ohne die Liebe wäre die Welt arm. Ja, Liebe ist wunderbar. Kompliziert. Habe ich auch öfter schon ziemlich vermasselt. Ja, das ist natürlich immer... Ist natürlich immer ein großes Wort. Liebe. Ich kann Liebe geben. Liebe ist voll toll. Aber es gibt voll wenig so richtig, richtig coole Typen. Also ich habe sie schon gefunden. Brecht hat ja immer gesagt, Liebe ist der Wunsch, etwas zu geben und nicht zu erhalten. Da geht immer noch die Post ab. Also ich meine, ich bin ja in der Medizin, da weiß man sich zu helfen. Ja, die Kinder in der Klinik merken gleich, ob man ihnen Liebe entgegenbringt oder nicht. Da gibt es kein Vertun. Liebe ist eine Entscheidung. Immer wieder aufs Neue. Ich bin ja. Vielen Dank.